Andreas Burani und Yvonne Katterfeld wärmen nochmal Hey! auf für das Duett-Finale. Und eigentlich war die Solo-Nummer von der Katterfeld eigentlich schon ein mit Gefühlen, Emotionen, Ausdruck und da hat einfach stimmlich alles gestimmt. Nun singen Burani und Katterfeld das Ding zusammen und ja, es fällt einem ganz deutlich auf, wer hier der gute Sänger ist, beziehungsweise Sängerin. Und wer hier schlechter ist, also wenn Frau Katterfeld singt, da ist einfach viel mehr Ausdruck, viel mehr Volumen in der Stimme, viel mehr Gefühl, während ein Burani dazu total abflacht und eigentlich, man müsste eigentlich sagen, er tötet quasi praktisch durch sein Mitsingen da die Gefühle der Katterfeld ab. Also das ist auf jeden Fall definitiv um Längen, mehrere Längen schlechter als die Solo-Leistung, die die Katterfeld von Hey! gezeigt hat. Also das war eine ganz schlechte Duett-Idee, das hätte man sein lassen sollen. Also das war eine ganz olmas Untertitelung des ZDF, 2020